Ab heute wird Zweibig Junge ein neues Leben anfangen. Denn ich werde in Sphären übergehen, die heute schon unsere Zukunft entscheiden. IT oder auch Informationstechnologien genannt. Mach mal erstmal Reiferschluss zu. Ich bin nicht gewöhnt, ich trage auch immer Jogginghosen. Die haben sowas nicht vielleicht. Das, mein Bratan, das ist ein Joboffer. Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben. Bratan, ich muss jetzt was drehen. Warte, ich muss ein Angebot. Ich habe ein Angebot. IT-Technologie, kann ich dir auch nur raten. Das hier, Bratan, ist ein Joboffer. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und Choyakbleit wurde direkt in einer IT-Firma aufgenommen. Wenn auch ihr reales Wissen umsetzen wollt und von Profis lernen wollt, dann kommentiert jetzt unter dieses Video. Wenn wir 300.000 Kommentare erreichen, dann wird Zweibig Junge eine eigene Business School aufmachen. Für nur 100 Euro pro Teilnehmer. Und dann lernt auch ihr, wie ihr einen Job bekommt in einer IT-Firma und wie ihr euer eigenes Business aufmachen könnt. Platz, Handy auf Stumm, steck in den Bands. Dreh mich nicht um, die Ampel rot, doch ich fahr drüber. Du siehst mich nie wieder. Du weißt, es ist kein was für Frauen in meiner Welt. Du musst mich verstehen, auch wenn's dir nicht gefällt. Es gibt nur eine Nachricht zwischen Tausend. Hättest du sie mir geschrieben, wäre ich beide und nicht raus.